Ich habe das Gefühl, Abschnitte wiederholen sich. Ach komm. Ich habe das Gefühl, Abschnitte wiederholen sich. Ich habe das Gefühl, Abschnitte wiederholen sich. Ah, schon vorbei. Nice. Ja, klar. Ja. Ich habe das Gefühl, Abschnitte wiederholen sich. Ich habe das Gefühl, Abschnitte wiederholen sich. Ich bin so glücklich, du hast es geschafft. Du bist nicht Sonic. Wer bist du? Ich bin derjenige. Ich bin derjenige. Dr. Eggman. Aaaaaah! Amy, du bist so süß. Ich bin derjenige. Ich bin derjenige. Ich bin derjenige. Du zwei, gehen! Komm, komm, schau. Ich bin derjenige. Ich werde dich immer wiederholen. Ich bin derjenige. Aber das Beste war gerade sowieso Shadows Gesichtsausdruck. Nach dem Motto, sie hat mich angefasst. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Denn wir am Ende gegen Tails kämpfen auf der Space Colony Arc. Weil umgekehrt war es richtig nervig. Ich bin gespannt, ob sein Mech dann auch so eine Superkanone hat. Oh Gott, Zeitlimit. Ich bin in Position, Doktor. Sag mir, wann. Es war eine gespeichere Verlust auf meinem Ende. Es ist kein Zeitpunkt zu verlieren. Setz den Timer für 15 Minuten. Los geht's! 5 Minuten sollte viel sein. Hier geht's! Entschuldige, dann! Geh die Chaos-Handlung, bevor die Militärin fliegt! Geh in die dritte Runde von hier! Geh die Chaos-Handlung, nochmal auf dem Weg! Geh die Chaos-Wirkung, nicht habe ich! Geh die Chaos auf dem Weg! Geh die Chaos-Wirkung auf dem Weg! Seid ihr über die Fenster des Tabels auf der war? Geh die التي drüge die Chaos-Wirkung wollte, die du eröffnst? Geh die Chaos-Wirkung ab? Kann ich nicht mit dem Denken interagieren? Ja, ist ja gut. Er ist ganz in der Nähe. Nice. So, nächster. Warum fliegt da Geld? Nee, hier nicht. What are you doing? Get going! Bring me the Chaos Emeralds! Now! Dancing money, yeah. It's got to be close. Aua. Ah, in dem Vieh. So, einer noch. Unverbrückbare Wache. Get to the upstairs crew and run here. Um... Dancing wind. What in the world are you doing? You do longer than you are supposed to! Switch room. Gut. Um... Komm schon. Die georgäste! Wache, nicht die TV. Hä? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Da war gerade was. Ach komm, ich hatte es doch fast. So, sind sie jetzt in unterschiedlichen Orten oder wieder da, wo sie vorhin waren? Two containers facing each other. Ja. Das ist random. A-Block. Das ist der B-Block. Ich glaube, A-Block ist ganz oben, ne? Das ist der B-Block. Das ist der B-Block. Das ist der B-Block. Das ist der B-Block. Nur zwei mehr. Das ist der B-Block. Das ist der B-Block. Das ist der B-Block, der B-Block ist ganz oben da. Da oben ist einfach ein Schalter. Ein dunkler Raum. Was machst du denn? Geh' los! Die Chaos-Reverals? Nein! Chill mal. Oh, heil. Es muss kurz sein. Boah, kannst du vielleicht nicht in die Luft gehen? Und du brauchst mehr Luft. So, halbe Zeit noch. Wie sieht's aus? Useless. Wow. Aber es ist hier irgendwo. Macht sich hier oben oder einfach nur unten ein Stück? Watch out for the red laser. What in the world are you doing? You're doing longer than you're supposed to. Oh, hey. Das stand für Waste. Alles klar. It's all too easy for me. Ernsthaft? Nice. I can't believe I've come this far just to fail. This is Flying Dog Headquarters. Intruder found entering security. Preparing to attack. Copy. Wow. Das hat nicht funktioniert. Wow, hier bin ich einfach mal sicher. Das hat einfach funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Das funktioniert sogar. Genau, das ist gut zu wissen. Das hat nicht funktioniert. Komm, einmal noch. Das hat nicht funktioniert. Das Blind Dog kann nicht sein. Nicht schlecht, oder? Ich bin ziemlich stark, all right? Das ist Rouge. Ich habe ein kleines Problem. Ich kann nicht glauben, dass ich in dieses Locked-Safe mit einem Chaos-Emerald habe. Ich glaube, ich werde nicht mehr sein, dass ich mich ein Trezure-Hunter habe. Ich bin nicht mehr.